Ich bin doch Glitch. Ja, hau mal raus. Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid bei Tremaster.de und ich bin Tristan. Heute spiele ich nicht alle eine Rainbow Six Siege, sondern mit einem, mit meinem YouTube Partner. Hallo, Maxi. Mit Bandit. Bandit. Also, wir spielen mit Bandit, Maxi, Kavira, Valkyrie, Myra und mit mir, wer war ich gerade nochmal? Doc, oder? Ja. Und Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, möchte ich euch kurz einen Glitch zeigen. Also, der Glitch funktioniert auf dem PC so, dass du das Mausrad die ganze Zeit drehst und dann somit du immer die Waffe wechselst. Und auf der Xbox ist es so, dass du die ganze Zeit Y drückst, die Waffe wechselst die ganze Zeit. Das machst du 15 Sekunden lang oder bis einfach der Timer oben ausgelaufen ist. So, jetzt machen wir das mal die ganze Zeit. Ja, ich komme. Wir spielen Billard. Ja. Schau mal her. Ja. Oh. Nein, die waren nicht drin, Alter. So. Ja. So. Schau mal, ich spiele Billard. Also, das müsste jetzt funktionieren. Heißt, ich heile mich jetzt selber. Drei. 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 Und Leute, macht das bitte nicht nach, okay? Ich möchte, dass irgendjemand an Ubisoft oder sowas, dass sie das bitte beheben. Ubisoft. Warum zeige ich jetzt schon wieder Ubisoft? Ich weiß es nicht. Heute schon den ganzen Tag. Leute, irgendjemand, der das einfach regeln kann. Denn das nervt so dermaßen, wenn es jeder immer in der Runde macht. So. Oder hast du noch eine Wand? Ja. Ich... Oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Maxi. Das Fenster. Wo denn? Die haben da durchgeschossen, oder? Ja, hier durch. Ach so, hier. Was? Die Tür. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo. Okay. Sie meint es ernst. Maxi? Ja, ich bin da. Fuck, bei mir. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Ja. Ja, drüßend geil. Okay, ich komm zu dir. Bei mir ist hier die Wand offen. Ah, das war... Das war kein Kopf. Ich hab nur eine sehr unruhige Hand bei sowas. Ja. Nice. Was ist bei dir los, Tristan, Alter? Weiß ich nicht. Das liegt wahrscheinlich an Doc. Aber so wie ich mich kenne, sterbe ich. Bei der Runde davor. Ich lauere ein neues Magazin. Ich dachte gerade, der Leuchtturm ist ein Schild. Leute, sieht der Leuchtturm aus wie... Vorsicht, 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 Vorsicht. Die Wand da. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Twitch. Twitch, Twitch. Kannst du sie erledigen? Magazinwechsel. Ich hab keine Ahnung, wo ich mich hin vorkundieren soll. Hier. So. Schockbrunzer stört. Warst du Twitch? Ja, hab ich. Gut. Brauchst du Heilung? Ja, heil mal. Damit ich 140 habe. Wo bist du? Mach schnell. Hier, schnell. Das ist mein letztes, gell? Ja, passt schon. Oh, fuck. Die kommen jetzt rein. Die kommen jetzt rein. Die kommen jetzt rein. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Da. Ich bin tot. Bin tot. Bin tot, bin tot, bin tot, bin tot. Max, lebst du noch? Ja, lebst du. Auf geht's. Nein. Max, hör auf. Doch nicht! Ja, sehr schön Alter Ich lade einfach noch nach Und er trifft mich nicht Wie schlecht ist der, Alter Also Ich hab grad wirklich ein bisschen Da hab ich Dussel, Junge So, wir nehmen wir jetzt Äh Nein So, komm, wir führen jetzt Fürs Team, Tristan, fürs Team Ja Jetzt haut denen die Die Fuse-Ladung um die Ohren, naja Schön in den Raum rein Am besten von oben Ja, aber wir müssen gucken, ob die Ja, oder wetten, ich sterb gleich wieder am Anfang Weil irgendjemand hier Spawn-Killing macht Das wär auch so lustig Oder das wär ja Das wär so typisch Typisch Tristan halt Ja Und auch Natürlich ich Aber noch mehr du, ey Eigentlich Ja, ich bin ja heute schon Zweimal dran gestorben Fuck Oh man, die haben Stör-Center Das ist ja scheiße, Alter Ich guck, wo Da Äh, wir haben keine Twitch Twitch, einmal bitte Soll ich drüber springen Versuchen Wo ist die? Da Du kannst Nein, warte Wo denn? Ah, da Oh Ja, Störschen da kaputt Ja, ich hab's gesehen Aber ich bin auch kaputt Ich bin auch kaputt Ich auch jetzt So Auf geht's Fuck, Alter Twitch muss länger leben Die Runde davor war irgendwie besser Ja, von den Oh nee Scheiß, wie's hier Komm, wir gehen jetzt Wir gehen jetzt über den Raum Okay Viel gegen Dann haust du Hey Ristan Warte kurz Über den Raum Ja, ich Nein, nicht da Da drin ist jemand Da ist keiner Doch, wetten wir Nein Wetten wir Okay, warte Warte, ich schau mit der Kamera Da ist gar nichts Guckt, ob da drin jemand ist Da ist niemand Okay Wir gehen Wir gehen Wo bist du? Geh doch über den Scheiß Raum Ja, okay Hier rein Nein Mann, fuck Meine zweite Twitch-Drohne ist auch kaputt Wo bist du denn? Warte Ja, ich war gerade in der Drohne Komm hoch Du siehst mich doch Ja Nur nicht immer wann Und War nicht mal zu Schlecht So Über den Raum jetzt gehen So, jetzt langsam Da läuft jemand Hinter uns ist was Ist unter uns Ja Und mach hier auch noch Störst du denn der Nutzer stört Mach noch mal Mach noch mal Mach noch mal Ich save dich Die Seite save ich Nein, ich habe keinen Kill bekommen Wäre ja auch zu schön gewesen Cavera 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 Ich habe Cavera Ja, danke Yes Danke Boah geil Mit der Scho- Äh, mit der Ding Weil ich Dieses Visier Wie heißt denn nochmal Dieses Visier Hier, äh, mit dem Äh, wie Bootpunkt, oder? Nein Nee Mit dem Du hast Geflex Danke, ja Äh Ich finde das aber das Beste Von Für Fuse Echt? Von den Russen finde ich das Am besten Ja Die haben Die haben nicht so gute Warte Warte kurz Ich mach hier Sprenglader Achso, okay Okay, warte, 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 warte Warte noch, warte noch kurz Wir machen hier auch noch Und dann sind sie ein bisschen verwirrt Dann können wir von zwei Seiten angreifen Drei Zwei Eins Jetzt Da Das, äh, Mute Hinter der Bar Ja, geil Bin tot, bin tot, bin tot, bin tot Wo ist der? Weiß ich nicht, weiß ich nicht Ich muss überspringen Ich möchte es jetzt wissen Ja, hätte ich vielleicht nicht überspringen dürfen Ja, gut Ja, der war da drin War hier drin Ja Egal So geht das auch Okay, wir greifen noch Junge, das Äh, meine Kills mit der Magnum, Alter Also mit der Mit dem Revolver Ja Richtig geil Ähm, Leute Nochmal für euch Okay Kurz, äh, das geht an euch Wenn Dieses Video Wird ungeschnitten sein Heißt ohne Musik Ich weiß, das wird sehr langweilig Aber ich kann leider gerade nicht schneiden Heißt, ich lade das auch sofort hoch Sobald ich kann Sobald ich kann Ähm, aber es ist einfach ungeschnitten Tut mir wirklich leid Aber mein VCC, also mein Aufnahmeprogramm Spinnt gerade total Heißt, Updates werden gerade eh produziert Deswegen Tut mir leid für euch Aber Wir können jetzt weitermachen Also Ich bin Doc Du bist Bandit Wir spielen mit Kavira Valkyrie und Pulse So Geil Tristan, du bist immer noch Erster Geiler Ja Heavy Ja Du bist wirklich ein Traum Ich bin ein Traum Äh, Wände verstärken Ja Komm Hier Safe Ja, safe Hier So Die haben wir twitched Weil da mache ich hier Bandit Achso Scheiße Passt auf Twitch auf Ja, passt auf Twitch auf Ja, wegen Wegen meinen Teilen Ja Deswegen Als erstes kurz Twitch Die hier Drohne zerstören Und dann können wir weiter gucken Ich mache hier einfach mal alles mit Schockdraht Alter, ich dachte das wäre eine Drohne So Okay Okay, ähm Warum ist keiner im Raum, Alter? Wo sind die alle? Ich mache hier zu Ich gehe auf jeden Fall rau Ich gehe Ich gehe Weg Aber Doc Bleib lieber im Raum Maxi, bleib Du hast drei Rüstungspunkte Ja, aber trotzdem Ja, ich bleib Scheiße, scheiße, scheiße Wo? Sag mir wo Hilfe da Ja, okay Die sind ganz woanders Maxi Ich gehe gerade hier Bis in unten ab Hier ist Twitch drinnen Ich treffe sie nicht Wenn du in dieser Zone bleibst Wirst du von Feinden entdeckt Du wurdest entdeckt Du bist Nur noch ein Gegner Ich treffe die scheiß Drohne nicht Twitch ist in seiner Drohne Ich habe sie Die kommt irgendwo Ich habe sie Oh meine Güte Sehr schön Nice Weil hier war das Fett auf Und da kam die Drohne Ich wollte eigentlich gerade reinschauen Da kam sie schon Oh meine Güte Das war eine wirklich anstrengende Runde Geil Oh 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 Ah Ja Nice Alter So Leute Geile Runde Falls es euch gefallen hat Lasst unbedingt Deinen Daumen nach oben da Es war nochmal sorry Wegen dem Hier Dass ich kein Video Das Video nicht geschnitten habe Tut mir wirklich leid Also dann Leute Bis